Servus Freunde, an diesem Tag wollte ich euch einfach mal meine unglaubliche Box-Sammlung vorstellen, die mittlerweile 90 Boxen beinhaltet. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und ich stelle euch die Box-Sammlung mal vor. Ich bin auf jeden Fall 2013 mit meiner allerersten Box angefangen und wir haben mittlerweile 2018 schon, also es ist auf jeden Fall schon eine riesige Box-Sammlung geworden. Ihr könnt mir ja später mal auch unter den Kommentaren schreiben, welche Box ihr am meisten feiert von dem Ganzen. Wenn meine Eltern diese Boxen immer auf einem Haufen sehen, alle zusammen, denken die immer, wie kann der Junge nur so viel Geld dafür ausgeben. Die verstehen den Hype gar nicht darum. Einfach riesig, die Sammlung. Später findet ihr auch auf meiner Instagram-Seite xphilip Bindestrich nach unten ein Foto von den ganzen Boxen. Ich glaube, hier in dieser Umgebung, wo ich wohne, gibt es bis jetzt keinen einzigen, der eine größere Sammlung wie ich hat. Einfach, unnormal, krass. Auch diese Höhenunterschiede, die ich mit eingebaut habe, da auf einmal die Flair White Box, die einfach riesig ist, und dann auf einmal wieder die kleinen Boxen von Calvon, Raph, Jasko, Asphalt Massacre, Casey Summer Jam, auf jeden Fall auch eine gute Box geworden. John Rapper, Robbie Banks, Massive. So, das war es auf jeden Fall mit dem neuen Video. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.